Okay, laufen hier, glaube ich, die ganzen Generatoren und einfach alles. Deswegen ist es immer noch irgendwie unser Ziel, da hinzugehen, aber haben wir eigentlich... Eigentlich haben wir ja alles gemacht. Wollen wir euch denn hier mal? Gucken wir uns mal um. Was sich jetzt geändert hat? Es scheint ja irgendwie immer noch nicht viel zu laufen. Oder ein bisschen... Beziehungsweise noch nicht alles. Kommen wir nicht weiter? Okay. Oh, fuck. Ah, hier ist noch ein Golem. Eine Energiezelle. Oh, wir brauchen halt fünf davon. Sollten wir sich nicht hier bewegen? Da springen wir sinnlos. Ist immer noch nicht alles aktiviert. Oh. Irgendwas ist noch nicht richtig. Okay, hier oben war nur noch der andere Golem. Und die Batterie. Ich glaube, wir müssen noch mal runter. Ich glaube, da war doch noch mehr als gedacht. Hm. Sehr merkwürdig. Leute. Weil hier leuchtet halt noch nicht viel. In dem Abgrund. Ich glaube, das musste... Aber anders sein. Aber wir müssen mal gucken. Okay. Wo haben wir schon... Von hier waren wir gekommen. Okay. Gehen wir halt noch mal hin. Hä? Nee, war richtig gut. Alles richtig gemacht. Okay. Aber was haben wir unten übersehen? Ich glaube, sonst wäre nämlich schon irgendwie was krasses passiert. Wollen wir den Generator schon anhaben? Ich habe auch noch keinen anderen Weg gefunden. Schweige denn gesehen. Oh, hier läuft ja eigentlich alles. Ich kann doch den Hebel nicht betätigen. Okay. Wer fehlt uns hier noch was? Hm. War jetzt wo. Hier gibt es keine Karte. Hier gibt es nur, was wir noch nicht gefunden haben. Okay. Hier gibt es noch ein Schwert. Teil. Verblüffend. Was nur seine Karte alles verraten kann. Schade, wir können hier nicht einbrechen. Hm, jetzt sind wir wieder hier. Ich habe auch schon mal gemacht. Hm, okay, doch nicht. Ich habe nichts gesagt. Passt. Und jetzt? Energie wieder hergestellt. Errungenschaft. Okay. Okay, das sind hier die beiden Pins, an denen schon mal stand. Das ist die Seite. Ah, das ist ein fehlendes Loch. Gut, ne? Und jetzt? Safe Point. Lass mich durch. Okay. Okay. Es baut sich nur ab, wenn wir nicht in der Nähe sind. Äh? Äh? Sind wir hinten? Okay. Es scheint noch nicht alles wieder mit Energie voll geladen zu sein. So. Okay. Ich habe so eine Plattform für unsere Spider. Ach, fuck. Wir wurden gegrillt. Aber wie kommen wir mit unserer Spider hier rum? Ich hole die mal. Müssten ja eigentlich fast in der Nähe sein mit der. Muss ja eigentlich irgendwo stehen. Kommen wir jetzt eigentlich hier auch noch irgendwo hin? Ah, alles elektrisch. Aufgeladen. Was hat uns das gebracht, hier die Energie wieder einzuschalten? Zumal nicht überall Energie wieder da ist. Das ist mega strange. Ich glaube, wir müssen hier eigentlich noch irgendwo hinkommen. Aber hier kommen wir halt nicht durch, ne? Nope. Da sagst du selbst die Spinne, nein. Gehen wir erstmal gucken, ob wir noch auf der anderen Seite weiterkommen sind. Jetzt müssen wir hier einfach mal da oben das Rätsel lösen. Das wird nicht so schwer sein. Ich habe mich interessiert, ob wir gegen die Pest ankommen. Ach nein, hier ist noch so eine Plattform. Äh? Hä? Okay, durch die kommen wir nicht durch. Gut, kriegen wir sie damit auch nicht. Hm. Das heißt, wir müssen hier oben das Rätsel lösen. Damit hier kein Strom mehr ist und wir hier durch können. Gut. So viel dazu. Na, komm, riecht dich ab. So einfach kann es sein. Ach, nöööööööö. Hätten wir den vielleicht. Hm. Kriegen wir das da raus. Bisschen tricky. Mit dem Strom. Ich finde es halt so cool, dass wirklich alles dort stehen bleibt, wo es steht und nicht immer researched wird. Weil das wäre mega nervig, wenn du jedes Mal die Spinne und alles holen müsstest. Ich glaube, wir müssen hier lang. Bin mir aber nicht sicher. Tot. So viel dazu. Ah. Hab schon. Konzentration. Oh. Schön. Gut gesprungen. Oh, nein, 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 nein. Er ist runtergefallen. Na toll. Da unten ist halt auch so ein Generator-Dings. Dingsbums. Kriegen das doch wohin hier, oder? Ich könnte ja auch erstmal oben gucken, ob wir da noch irgendwas machen müssen. Zweckstrom abschalten. Wir kommen halt gar nicht lang, ne? Hm. Das ist jetzt komisch. Da hinten ist die Tür. Wie soll das jetzt bitte gehen? Wie soll ich die jetzt? Irgendwie müssen wir den Strom abschalten. Für immer. Da werden Schalter. Da müssen wir aber erstmal hinkommen. Strom ist gerade unser Todfeind. So muss ich nochmal hier lang. Okay. Wieso ist jetzt hier nichts mehr? Wieso? Hä? Willst du mich verarschen? Wie unfair ist das? Lass mich hier lang. Lass mich durch. So Mäuse melken hier. Muss nur nicht sein, dass ich jetzt hier nicht weiterkomme. Hm. Na toll. Es ist so doof. Aber wo müssen wir hin, um den Strom abzuschalten? Können ja nichts kaputt machen und nichts. Ist das ärgerlich. Finkt man ein, weil man ist vorangekommen. Und dann doch nicht. Hm. Hier ist überall Elektrizität oder die Pest? Durch die Pest kommen wir halt nicht. Außer, dass die uns ja tötet, ne? Das ist so. Das einzige, was die kann. Aber halt auch nicht durch. Hm. Regenerator läuft. Wo unten dürfte jetzt wirklich eigentlich nichts mehr sein. Dass wir da oben was machen müssen, ist mir schon bewusst. Aber den Hebel haben wir jetzt zu tief. Zerrüttelt. Der. Ist das denn ernst? Ich stehe jetzt an so einer beschissenen Stelle, dass wir ständig einen Stromschlag kriegen, wenn wir... ...da lang gehen. Hm. Es gibt aber keinen anderen Weg. Irgendwie müssen wir das machen. Die kommen ja auch nicht lang, weil da überall noch Strom drauf ist. Also Spannung liegt an und Strom fließt, ne? Ah, jetzt hat er resettet. Oder auch nicht. Wie soll man denn... Wir kommen da doch nicht weit. Was will denn denn... Was will die Karte von uns? Die Karte sagt, wir sollten da irgendwie rüberkommen. Oder müssen dort irgendwas tun. Ich weiß, dass wir hier rüber müssten, um den Hebel umzulegen. Oh, das klingt so einfach. Ist aber so schwer. Voll doof. Wie soll ich jetzt einfach nur runterspringen? Hm. Kann man auch nicht reinschlagen. Solange da unten Strom anliegt, kann man auch den, äh, Hebel nicht mehr wirklich anfassen. Hm. Das kommen wir aber auch nicht. Nö. Das kommen wir auch nicht durch. Da ist der Hebel. Da. Das ist gemein. Naja, dann müssen wir irgendwie noch gucken, wie wir das schaffen. Drei. Wo bist du denn? Da.